Auch wenn es nicht so aussieht, alle diese Autos sind eigentlich VW Käfer. Umgebaut von der Firma Rommetsch in den 50er Jahren. Der ehemalige Chefdesigner hat dem Sammler Traugott Grundmann geholfen, die alten Schätze zu restaurieren. Dann haben wir den zum Kaffee eingeladen und so haben wir den Herrn Besko kennengelernt. Das war natürlich das große Glück, weil er konsequent immer wieder hierher gekommen ist, Details geändert hat, uns gesagt hat, was falsch ist und wie wir es besser machen können. Und Sie müssen sich mal vorstellen, der alte Herr war zu der Zeit schon 90 Jahre alt und hat immer noch Zeichnungen gemacht, als wenn er gerade vom Zeichenbrett aufgestanden ist. Bevor ein altes Auto wieder nagelneu aussieht, steht der Autoliebhaber rund 1000 Arbeitsstunden in der Werkstatt. Mit alten Originalmaschinen und dem Wissen um die richtige Technik verwandelt er rostigen Schrott in historische Traumwagen. Also wenn ich mir dieses Auto angucke, muss ich sagen, das hat noch eine sehr gute Substanz. Also wir haben schon viel schlechtere Autos gehabt. Das ist eigentlich nur, dass hier an diesem Auto die Roststellen ausgeschnitten und erneuert werden. Ansonsten ist das ein hervorragender Zustand. Das ist das älteste Nutzfahrzeug Volkswagen. 1945 von den Engländern entwickelt und gebaut worden auf einem Kübelwagen-Chassis. In die durchgerosteten Stellen werden neue Bleche eingesetzt. Nächstes Jahr soll der Reichspost-Kübel-Lieferwagen fertig sein. Die Suche nach alten, vergessenen Schätzen ist neben der Geduld in der Werkstatt das Geheimnis eines erfolgreichen Sammlers. Es ist wie Schatzsuche und mein Sohn hat das gefunden und als er davon hörte, hat er natürlich gleich Schnappatmung gekriegt. Denn das ist natürlich genau das, was wir für unser Museum suchen. Neben dem ersten VW-Nutzfahrzeug ist auch einer der allerersten Käfer-Prototypen ein Prunkstück der Sammlung. Dass dieser Schrotthaufen in Litauen ein zentrales Fundstück für die Geschichte des KDF-Wagens der Nazizeit ist, konnten nur echte Sammler und Experten erkennen. Es ist wirklich diese Schatzsuche dann halt, so ein bisschen wie Indiana Jones oder sonst etwas. Und für uns als VW-Sammler ist das dann halt, sagen wir mal, der heilige Gral. Dann ist es egal, auch wie der Zustand ist und sowas. Dann hat man plötzlich eine Hand und denkt sich, mein Gott, da hat mit halt alles angefangen. Selbst das VW-Museum in Wolfsburg leiht sich regelmäßig Ausstellungsstücke von Traugott Grundmann. Seit 40 Jahren trägt der 70-Jährige seine Schätze zusammen. Ursprünglich war die Käfer-Leidenschaft der Ausgleich zu seinem Job als Pilotenausbilder für Kampfflieger. Das ist eine Art Entschleunigung, weil sie setzen sich in dieses Auto und mit seinen 30 PS geht er nun mal nicht schneller. Dann werden sie schon gezwungen zu entschleunigen. Das nächste ist, sie können an diesem Auto schrauben. Ein einzigartiges Fundstück aus den neuen Bundesländern ist dieser Holzbus. Die DDR-Verwaltung hatte 1950 zehn Bulli-Nachbauten auf Basis von alten VW-Kübelwagen bauen lassen. Eine Mischung aus Wohnzimmerschrank, Bootsbau und Technik-Resteverwertung. Also man sieht hier, das ist ein echtes Türschloss, was die genommen haben und eingebaut haben. Der Fußboden ist Holz. Und was auch noch interessant ist, der in der Mitte saß hier, den hat man beim Schalten immer im Hintern rumgefummelt. Denn der Schaltknüppel ist hinter der Sitzfläche. Tom Cruise und Sönke Wortmann haben schon mit Autos aus Hessisch-Oldendorf gedreht. Der Sammler hilft den Regisseuren, dass die alten Zeiten auf der Leinwand wieder lebendig werden. Immer so ein bisschen Angst und Sorge ist schon dabei. Aber die gehen vorsichtig um. Die haben extra Betreuer für die alten Autos. Und Frau Wackernagel hat so ein bisschen Führerschein gemacht auf diesem Auto. Insofern waren wir da ein bisschen beruhigt. Seine Autos haben Preise auf der ganzen Welt gewonnen. Angemeldete Gruppen führte Enthusiast durch sein Reich. Und in zwei Jahren organisiert er in Hessisch-Oldendorf wieder das größte Käfer-Treffen der Welt.